Hallo bei AnkaTV, schön, dass ihr wieder am Start seid. Im Mai und im Juni hat es ja einige Releases von uns gegeben. Nicht nur unsere DVDs im Schuber, sondern auch unsere Hardboxen sind endlich gekommen. Ich bin bis jetzt leider noch nicht dazugekommen, euch diese Releases zu zeigen und vorzustellen. Darum machen wir das jetzt in diesem Video. Und am Ende dieses Videos zeige ich euch noch das Cover unseres ersten Mediabooks. Leider muss ich dieses Video an einigen Stellen wieder zensieren. Aber ihr wisst, auf Vimeo könnt ihr euch dieses Video komplett unzensiert anschauen. Also, bevor es losgeht, Abo dalassen, zurücklehnen und los geht's nach dem Intro. Wir starten gleich mit einem unserer Hardbox-Releases, nämlich mit der Underground-Doku Gornography. In dieser Dokumentation wirken 18 Regisseure aus aller Welt mit. Wir haben Underground-Regisseure aus Deutschland zum Beispiel, René Wiesner aus Österreich, Wilhelm Müller. Wir haben aus Italien Davide Pesca, wir haben Jonathan Doe dabei, wir haben Rob Zeus aus Belgien dabei. Also wirklich ein Überblick der Underground-Szene aus aller Welt. Die Hardbox ist meiner Meinung nach einer unserer schönsten Releases bisher. Bei dieser Hardbox haben wir uns dafür entschieden, das Ganze matt zu halten, weil es gibt glänzend und matte Hardboxen. Diese ist matt und das war definitiv die richtige Entscheidung. Wir haben lange überlegt, ja, machen wir glänzend oder matt. Matt war hier definitiv die richtige Entscheidung. Diese Hardbox ist auf 100 Stück limitiert und alle unsere Hardboxen sind übrigens handnummeriert. Ich habe da eine Umfrage gemacht in den sozialen Medien und auf meinem YouTube-Kanal und wirklich ein Großteil von euch bevorzugt händische Nummerierung. Darum werden unsere Releases auch weiterhin handnummeriert sein. Diese Doku dauert ca. zweieinhalb Stunden. Wir haben viele Interviews, aber auch Ausschnitte aus Filmen und Kurzfilmen in dieser Doku verpackt. Also jeder von euch, der sich so einen tieferen Einblick in die Underground-Szene verschaffen möchte, der ist bei Garnography richtig aufgehoben und auch die Disc selber, finde ich, ist richtig schön. Ich hoffe, man erkennt es. Und übrigens, die Trailer zu diesen Releases packe ich euch in die Videobeschreibung. Also Garnography, eine wirklich geile Underground-Doku und meiner Meinung nach einer unserer schönsten Releases bisher. Weiter geht's mit Traces of Snuff. Da haben wir ja bereits einen Schuber veröffentlicht, eine DVD im Schuber. Die war oder ist auf 200 Stück limitiert und ist mittlerweile ausverkauft. Darum haben wir uns dafür entschieden, noch eine Nachpressung zu machen. Da gibt es einmal diese DVD wieder im Schuber. Diese Nachpressung ist ohne Limitierung und somit auch so lange erhältlich, solange Nachfrage von euch besteht. Auch das, wie ich finde, ein sehr schöner Schuber. So schaut das Ganze von innen aus und die Disc werde ich euch auch versuchen zu zeigen. Ich hoffe, man sieht es. Das ist die Disc dazu. Dann gibt es mit der gleichen Disc drei verschiedene Hardboxen. Jede Hardbox jeweils auf 66 Stück limitiert. Das ist die erste Hardbox. Da haben wir eben drauf einmal Reases of Snuff 1 und 2. Das sind so Fake Snuff Mixtapes. Also es sind keine echten Tötungen oder Folterungen zu sehen. Also alles gestellte Szenen, somit ein Fake Snuff Mixtape. Dauern circa 10 Minuten bis 15 Minuten. Weiters haben wir noch Lost Cave Teil 1 und Teil 2 drauf. Das sind Found Footage Filme. Und dann haben wir noch Born Dead 2 Redux drauf. Das sind alles Filme vom deutschen Underground Regisseur Simon Spachmann. Und gerade Traces of Snuff 1 und 2 wurde in den sozialen Medien schon gefeiert. Und ich habe auch gelesen in den Kommentaren in den sozialen Medien, das ist das Heftigste, was der deutsche Markt derzeit zu bieten hat. Es ist halt wirklich nur eine Aneinanderreihung von heftigen Szenen. Ich habe meiner Ex-Freundin eine Traces of Snuff DVD geschenkt. Die war einigermaßen angewidert, muss ich sagen. Also sie hat das nach ein paar Minuten ausgeschalten und hat mich gefragt, wer schaut sich sowas an? Und gibt es da irgendeinen Fetisch dazu? Also Traces of Snuff, schon eine heftige Nummer. Also da gibt es einmal diese Hardbox, dann haben wir diese Hardbox, die haben wir so ein bisschen im Vintage Oldschool Style gehalten. Die Traces of Snuff Hardboxen sind übrigens mittlerweile bei uns alle ausverkauft. Es gibt aber noch Händler, wo ihr diese bekommt. Und dann noch die dritte Hardbox. Und wie gesagt, in jeder Hardbox ist die gleiche Scheibe drin wie im Schuber. Wir haben insgesamt fünf Filme. Traces of Snuff 1 und 2, Lost Cave 1 und 2 und Born Dead 2 Redux ist eine überarbeitete Version von Born Dead 2. Und die Filme dauern alle so circa 10 Minuten bis 20 Minuten. Ich glaube, Born Dead 2 Redux ist eine Spurlänge. Ich glaube, der geht knapp über 20 Minuten. Also, wer eine heftige Nummer sucht von euch, der schlagt bei Traces of Snuff zu. Wie gesagt, die Hardboxen sind aus, aber Schuber, könnt ihr haben, so viel ihr wollt. Dann geht es weiter mit einem amerikanischen Film. Auch da gibt es eine Hardbox und einen Schuber. Der Schuber ist auf 500 Stück limitiert, nämlich der Film Blood Gorge. Schaut von hinten so aus. Für die Cover Artworks bei Anker TV bin ja ich zuständig. Das heißt, ich stimme mich mit den Künstlern ab, aber ich arbeite auch selber an den Artworks mit. Und ich versuche immer, so wenig Text wie möglich drauf zu packen, damit die Artworks durch den Text nicht, naja, verschandelt werden, sage ich einmal. Da haben wir übrigens die Limitierung und die haben wir da ganz cool verpackt. Da steht nämlich Survivors 370 von 500, also Überlebende 370 von 500, das haben wir da so verpackt. Blood Gorge ist ein Slasher Film im Stil der 80er Jahre vom amerikanischen Regisseur Victor Gabriel und was ich da sehr geil finde, ist, wenn man die DVD rauszieht, also ich finde, das Bild macht dann schon ganz gut was her. Vorne haben wir das gleiche Cover drauf wie am Schuber und bei der Disc haben wir das amerikanische Cover draufgepackt. Also es hat auch einen Amerika Release gegeben und das war das Cover des amerikanischen Releases. Ja, der Film dauert nicht allzu lange, der geht circa 40 Minuten und ist wie gesagt ein Slasher Film, er ist nicht übermäßig brutal, also man kann ihn sich ganz gut anschauen, hat aber doch auch seine Gewaltspitzen, einfach ein netter Slasher Film, kann man sich einmal anschauen. Also Blood Gorge, ah ja, und dann gibt es ja von Blood Gorge noch die Hardbox, diese Hardbox ist auf 50 Stück limitiert, diese schaut so aus und von hinten schaut das Ganze so aus. Da hinten haben wir noch draufstehen, wenn dich dieser Film nicht zum Kotzen bringt, hast du keine Seele, den Spruch haben wir auch vom Amerika Release übernommen, weil dieser Spruch war auf Englisch am amerikanischen Release drauf. Also Blood Gorge, ein netter Slasher Film im Stil der 80er Jahre. Dann kommen wir schon zum letzten Film, nämlich ein belgischer Film, da haben wir den Film Zombies vom Sektor 9 vom Regisseur Rob Zeuss. Auch da finde ich ist uns der Schuber doch ganz gut gelungen. Dieser Schuber ist limitiert auf 200 Stück, das ist sehr klein und da haben wir geschrieben Ammo Left 160 von 200, also wie viel Munition ist noch übrig, das ist die Limitierung da unten. Und da haben wir das Cover der Hardbox auf die DVD gepackt, auch hier wie ich finde ein sehr gut gelungenes Cover, da haben wir mit einem Künstler gearbeitet, der noch überhaupt nichts in dem Bereich gemacht hat, aber ich finde dafür ist es auch sehr gut gelungen und von hinten schaut es so aus. Ja, Zombies von Sektor 9, wie gesagt ein belgischer Film, ein trashiger Zombiefilm, kann man sich ganz gut anschauen, vor allem wenn man auf Zombies steht, dann go for it. Und dazu gibt es eben noch diese schöne Hardbox, diese ist limitiert auf 50 Stück. Und die Disc ist die gleiche wie im Schuber, die zeige ich euch auch noch, die schaut so aus. Ja, ich hoffe jeder von euch weiss, wo diese Filme bestellen kann, nämlich bei uns im Shop www.ankertv.at Wie gesagt, die Hardboxen von Traces of Snuff sind leider aus, es gibt aber noch Händler, bei denen diese erhältlich sind. Und ich habe euch versprochen, jetzt am Ende dieses Videos zeige euch noch das Cover Outwork unseres ersten Mediabook Releases. Dieses Mediabook haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen in die Produktion geschickt und zwar haben wir da zwei Filme drauf von Davide Peska Night of Doom und Refresh aber dazu mache ich auf alle Fälle noch ein separates Video wenn es dann soweit ist es sind auch viele Extras drauf wir haben Behind the Scenes drauf wir haben so einen Zusammenschnitt von Gore-Szenen aus den Filmen von Davide Peska drauf und übrigens alle unsere Filme die nicht auf Deutsch sind haben deutsche Untertitel weil diese Frage auch öfter auftaucht ja nochmal zur Erinnerung die Trailer zu den Filmen findet ihr unten in der Videobeschreibung zu den Filmen von Davide Peska noch nicht da werden wir noch einen Trailer zusammenschneiden sobald der da ist verlinke den aber auch unten schreibt es mal wie euch unsere Releases gefallen was ihr von der händischen Nummerierung haltet wie gesagt ich habe schon eine Umfrage gemacht da war wirklich ein großer großer Teil für eine händische Nummerierung ja das war es mit diesem Video ich kann euch sagen wir arbeiten schon auf Hochtouren an unseren nächsten Releases also wenn euch unsere Releases gefallen lasst noch ein Abo da damit es immer auf dem Laufenden bleibt wir sehen uns dann beim nächsten Video bis dahin ciao fiat euch